Ich bin nicht Mr. Lebowski. Sie sind Mr. Lebowski. Ich bin der Dude. Was machst du so in deiner Freizeit? Ach, das Übliche. Spiel Bowling, fahr durch die Gegend. Hin und wieder werfe ich einen Trip ein. Was machen Sie beruflich, Mr. Lebowski? Beruflich? Jeff Lebowski, der andere Jeff Lebowski, der Millionär. Buddy Lebowski, sie ist das Licht meines Lebens. Für 1000 Dollar lutsche ich deinen Schwanz. Eine wundervolle Frau. Wir alle, wir alle lieben ihre unkonventionelle Art. Ich suche nur mal schnell einen Geldautomaten. Ich habe dieses Fax heute Morgen erhalten. Es ist eine Lösegeldforderung. Mann, oh Mann. Wir wollen das Geld, Lebowski. Das waren Nazis, Dude? Das sind Nihilisten, Mann. Die haben gesagt, dass sie an gar nichts glauben. Ich mach dich fertig. Ich mach dich fertig. Ich mach dich fertig. Ich mach dich... Wo ist Nicole Lebowski? Sie muss irgendwo da unten sein. Lass mich noch mal nachsehen. Sind das deine Hausaufgaben, Larry? Du betrittst die Welt des Schmerzes. Wir wissen, das sind deine Hausaufgaben. Ist das Yoga? Es erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Befruchtung. Wenn du so ein Ding hier auf der Bahn abziehst, du mieses Stück Scheiße, werde ich dir die Knarre wegnehmen, sie dir tief in den Arsch bohren und so lange abdrücken, bis es klickt. Jesus. Wessen C war das, Walter? Willst du es wissen? Wart mal. Es gibt viele Dinge, die du sicher nicht erfahren willst. Wart mal. Wart mal. Scheiße, ich werde dir bis heute um drei ein Zeh besorgen. Mit Nagellacken. Better run through the jungle. Better run through the jungle. Arenas zu ehemann? Ich bin würde es nicht erfahren.